Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Unity. Kirschbombenköder einsetzen. Okay, ich versuch's. Kirschbombe 5 von 5. Knister, knister. Ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Medizin. Vielleicht haben die ja sogar für die Phantomklinge Klingen dabei. 25 hat der uns hinterlassen. Oh, shit. Oh, shit. Da oben ist er. Wo hocken denn die beiden da drin? Da ist auch noch einer. Da hinten stehen zwei. Aber hier oben muss doch noch einer. Da oben ist noch einer. Hol ich mir erstmal den vielleicht. Na, Mist. Ach du Scheiße. Da oben sind überall welche. Ich muss mir mal die auf dem Dach vornehmen. Das macht's dann einfacher, wenn die erstmal weg sind. Okay, ich verstehe. Die sind gar nicht auf dem Dach. Das ist eine rote Truhe. Welche Schwierigkeit? Zwei. Glück gehabt. Die gucken bloß aus dem Fenster. Also können die gar nicht so viel sehen. Scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Vielleicht doch von hier oben erstmal hoch. Kann ich den vielleicht per Luftattentat überrumpeln? Das soll mit dem Unglücksraben im West-Sex geschehen. Schwere Verbrennungen durch Feuer, bei denen seine Familie starb. Ein Feuer? Schwer, das du bewerkstelligen. Geflogenstabung. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied nicht. Ach, hier unten. Da kommt noch einer hoch. Da willst du ja! Schab ihn! Puh! Können du? Ah! Quälen die hier wieder jemanden? Ach, sieh hier. Komm ich denn da ran? Ach so. Hier geht es nochmal rum. Und da nochmal. Dann sind wir da. Nun denn. Nein, nein, bitte! Liefert mir den Rohr des Thunes und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehr Rückgratung getraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott! Hilf mir! Aus der Klinik entkommen. Ah, eine Klinik ist das. Eine ganz hervorragende Klinik. Nein, bitte! Bitte! Hey! Brauche ich dir! Gibt es keine Klädu-Punkte mehr, oder? Wird mir das nicht immer rechts angezeigt? Also bloß manchmal vielleicht. So, Medizin ist voll. He he. Bin ja auch gleich. Geht nicht. Geht nicht. Glückwunsch! Sie haben den Rang Gehilfe erreicht. Komm, geh mal weg da. Oder kann ich aus dem Haufen so eine... Nee, geht nicht. Ich dachte, ich kann so eine Kirschbombe schmeißen aus dem Haufen. Adios! Ich bin immer gewillt, hier irgendwie Licht anzumachen, wenn ich so eine dunkle Gegend erreicht habe von Paris. Oder es einfach Nacht ist. Aber irgendwie geht es halt nicht. Super. Ich weiß doch überhaupt nichts ohne Ende. Ihr habt den Falschen erwischt. Ich schwöre es. Aber lieber Filsport, Interessant. Super. Sogar die Herausforderung geschafft. Jetzt haben wir wieder 3. Gesundheit 2 gibt es auch nach Sequenz 5 erst. Was war das hier unten nochmal? Achso, Umgebungsuntertauchung. Ah, hier 10 Wasserereignisse. Dann gibt es nochmal Bonusquedits. Oder, ja gut, Geld. Und plündern. Und plündern. So, boah, die ganzen Symbole. Ich beschränke mich jetzt einfach mal auf Mission. Wo muss ich denn hin? Hier hin. Ihre Ruhe befinden sich 190. Hallo. Darum ist noch eine Truhe. Die können wir mal angucken, ob wir die vielleicht öffnen können. Aber ich glaube es nicht. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Dreier. Ah ja, tot. Mensch, geh da hoch endlich. Kann er nicht wahr sein. So, hier müsste irgendwo ein Fenster offen sein. Oder ein Dachfenster oder irgendwas. Ah, hier drüben. Nummer 1. Nummer 2. In die andere Richtung. Und Nummer 3. Junge Junge. Das war gut. Aber ich glaube, für die Truhe brauchen wir bestimmt wieder eine höhere Schlussknackfähigkeit. Ah, auch wieder 2. Ach ja, schade. Na gut. War das hier alles umsonst. Da hoch. Na toll. Ach so, warte mal. Doch, geh mal zurück. Ich brauch ein paar Phantomklingen. Alles auffüllen. 1.000. Küsten 5 Phantomklingen. 1.000. 1.200 tatsächlich. Boah, ich kaufe mal 2. Vielleicht finde ich ja welche. Junge Junge, das ist aber teuer. Das ist aber teuer. Oder du bist nur teuer. Da muss ich mir vielleicht jemand anders zum Handeln suchen. Ach nee, wir waren auf dem anderen Turm. Auf dem da drüben. Sequenz 4, Erinnerung 2 und los geht's. Verpisst euch, Saubernde. Geil, sieht richtig fett aus. Diesen Kerl hier eliminieren. Zugänge 1, Verstecke 5, Wachen 54. 54, 54, 54, 54. Da stand gerade eliminieren. Kann ich von hier oben tatsächlich? Luftattentate. Dann fangen wir doch mal mit einem an. Schornsteine sabotieren. Ah nee, okay. Luftattentate 1 von 3. Oh, da kommen 2. Wer hat dich umgebracht? Shit. Geh doch mal einfach mal einen Meter weiter. Was ist das denn? Ich habe ja das Doppelattentat erlernt. Kann ich damit auch das Luftdoppelattentat ausführen? Probieren wir gleich mal. Komm schon beeil dich, bevor die uns wieder mitkriegen. Nicht doch da hoch. Nein, ich habe es gewusst. Okay, die sind nur ein bisschen doof gerade. Die haben uns nicht ganz gesehen. Jetzt kommt einer. Komm schon, zwei. Alter, mach doch. Mach doch. Warum macht das denn jeden nicht? Ja, mach kein Luftattentat von da. Warum nicht? Geht das nur, wenn ich verschwunden bin? Ja, schnappt mich nicht. Ihr seid nämlich genauso doof wie ich beim Klettern. Ach, zur Hölle. Mach euch in eure Löcher. Macht Platz. Echt jetzt? Wir sind jetzt bis da rausgerannt. Das ist doch nicht euer 1. Einen nehme ich mir jetzt noch aus der Luft vor für das letzte Luftattentat, die anderen hole ich mir so. Boah, aufgeschiesen. So ihr Säcke. Eingeht zum Plündern. Herr damit! Hilfst du noch oder was? So. Gut. Der Weg ist frei, dann können wir da hinten runter. Was ist das denn hier für ein Symbol? Ich dachte das war gerade was, was er bloß in seiner, in seinem Adlerauge sehen kann. Ja. Gut, die Battle auch unterstützt. Battle Unterstützung verfügbar. Ah ok. Na komm, nehmen wir mit. Schokolade. Ich glaube wir kriegen mittlerweile schon ein bisschen mehr Geld allgemein durchs Ausblühen dann einfach. Und du noch. Oh, er wird geschossen. Oh. 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 Sehr gut. Wenn das Plünder nicht immer so lange dauern würde, einfach mitnehmen, einfach ohne, ohne, so nett wie es aussieht, als es mal irgendwann aufkam vor, weiß ich nicht, über 10 Jahren wahrscheinlich, dass es so eine Plünderanimation gab, fand ich das noch ganz geil, aber mittlerweile nervt so ein bisschen. So. Das Versteck finden. Oh, hey, ah, fuck. Der kriegt noch Sinn. Erd in mir nirgern. Hallo, ist da noch einer? Ha, ha, na guck mal, da geht's runter. Gut. Jetzt seh ich's auch auf der Karte. Ja, ist doch super. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Jo. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Börger, anhalten. Schnauze. Soviel zum Thema, so schleichmäßig, wie es denn irgendwie geht. Zwei. Ah, können wir auch noch nicht. Ach, super. Make-up-Budder. Aha. Na gut. Jeder wie er mag. Was ist passiert? Wir wüten durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir. Wunderbar. Das Versteck haben wir gefunden. Und jetzt müssen wir noch den Typen finden. So, das hat sich erledigt mit den Sichtverhältnissen. Die haben wir schon verschlechtert, weil ich die Schornsteine der Kanalisation vor dem Zug gedeckt habe. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.